Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ich rede gerade ziemlich schnell, kann das sein? Ja, okay. Äh, der Plan für die heute Folge ist wie folgt. Diesmal hab ich mir so gedacht, was wir heute machen könnten. Diesmal hab ich mir einen Plan mal gemacht, das Ganze was Neues, ne? Ich dachte, damit werden wir das alles hier unten mal ein bisschen abklappen, wollen wir das Gebiet hier mal ein bisschen verschalten. Ähm, auf dem Weg mal hier die verdoppelte Zone mitnehmen, hier zum Langhalsreisern, vielleicht schon hier zum... ...weg, den wir heute abklappen wollen. Ja, aber wir gehen, äh... machen sie mal auf den Weg, oder? Ne Pflanze, hier, wir brauchen. Auf jeden Fall auch mal bei dem Weg, da oben können wir nicht mal, dass ich grau hab. Ich bin hier nirgends von denen, geh weg. Grau hab ich da nicht gut. Geht mal bitte weg hier. Aber die sehen das nicht einfach so. Hier unten geht's nämlich auch endlich mal ins bisschen schönere, grünere Gebiet. Das ist schön. Ein bisschen mal in weltlichere Gefilde. Und nicht mal in diese blöden Wüste herum. Endlich geht's mal schön in die Natur. Okay, die Wüste ist auch irgendwie Natur, aber anders Natur. Und ich will in die grüne, schöne Natur. Die fängt da hinten an. Mit. Diese blöden Terrorvögeln. Die nicht Terrorvögel heißen, sondern langweilig. Ich will aber auch nix von Herthenwald. Wenn ich auf einmal ein neues Wesen, würde ich's mal ausdrücken. Dann nehmen wir das auf jeden Fall auch mit, aber... So? Ne. So nicht. Ne. Wie sieht's gut hier, oder? Ne, normalerweise sind wir Lagerfeuer sogar rechts. Hey, das ist Lagerfeuer. Ah! Helio ist schon mit. Sieht mich jetzt nächste. Das ist ja unglaublich. Okay, die geht's wirklich jetzt weltlichere. Sehr schön. Oh, das mag ich. Das mag ich. Das ist wirklich sehr geil. Alter, das... Alter! Seht euch die Landschaft an! Einfach mal 8 oktar. Ich gehe in die Jagdbrüche. Kommt mal irgendwann an. Auch ein Livestream. Ich bin eigentlich nicht hier in den Zucker. Was sind die... Ne, achso. Ich bin wieder so doppisch sicher. Hoffentlich. Alter, die... Das Gebiet hier ist nice. Das ist richtig schön. Warte mal, bitte die Kappe. Kleiner Vogel. Uh, was bist du denn? Fuchs. Lass ihn mal leben. Der ist süß. Was ist das denn? Was ist denn? Ähm. Kirscher. Was ist das denn? Eine Killermaschine, die plötzlich verschwindet. Genau, was die Welt braucht. Ein Kirscher? Aua. Geh weg. Der kann sich unsichtbar machen. Geh mal bitte weggehen, Kleiner. Das ist down. Ne, das war nur ein Wächter. Wo ist der Kirscher? Können wir bitte weggehen hier? Da war der Große. Neuer. Neuer. Neuer, wenn du dich traust. Du hast doch eh keine Chance. So. Das war's mit dir. Geil. Der erste Pirscher, Lady, hat schon ein Herz bekommen. Sehr schön. Was schießt hier auf mich? Ist hier noch Pirscher? Weil ich, dass hier noch ein Pirscher ist. Kann ich den denn trotzdem scannen? Ich hab doch das Gefühl, dass hier irgendwas um sich weiß gerade. Ich bin mir hier nicht sicher. Der legt Bomben! Wo ist der? Wo ist der, Dulli? Das macht dich doch mal sichtbar, Alter. Ernsthaft? Da. Das war's mit dir. Sichtbar bist du tot. Oh. Rieskopf. Oh. Das nehm ich persönlich. Ja. Alter, du hast keinen Fokus mehr, was ich ansteuern kann. Ja, machen wir es ja zu tot. Okay. Alter. Ja, Heilung, bitte. Alter. Das ist schon geil, das Gebiet. Feiert doch schon. Was war das denn? Was sind diese komischen Minen? Exportieren die? Ja, was machen die? Was machen die eigentlich? Ich hab keine Ahnung mehr. Okay. Reinholds for the win. Wir müssen nachcraften, habe ich das Gefühl. Wir müssen nachcraften. Sehr geil, da geht nur so viel. Der hat eine Pfeile for the win. Die sind so OP schon bei uns. Die sind auch bestimmt hoch, oder? Die ging dir so schön. Die finde ich sogar schön wie das Anfangsgebiet. Aber ich hab das Anfangsgebiet noch nicht mehr wirklich so in Erinnerung. Aber... Das ist schon schön hier. Das kann ich schon sehen lassen hier. Das nehme ich lieber mit. Schnellschnucke hier. Medizinbeutel, ja. Das ist die Sache hier. Hier ist der Medizinbeutel voll. Die ist das Leben toll. So. Gesundheit für den Medizinbeutel. So, jetzt haben wir auch den zweiten Beutel voll. Finde ich sie schön. Sind wir ganz gut ausgerüstet. Alter, wie viel Zeug hier einfach rumsteht. Was haben wir denn bitte so bombardiert? Hier ist auch ein toter Rechter. Und haben Maschinen gelebt. Kann man sagen, dass die gelebt haben? Obwohl, irgendwie schon. Weil sie haben ja irgendwie selber gedacht. Obwohl es eigentlich nur eine Programmierung sein müsste. Ja. Ist ein Zwiespalt. Ist ein Zwiespalt. Eure Meinung nach, gehen wir an die Kommiss. Können Maschinen leben? Würde mich interessieren. Okay. So. Verdorbene Tone. Verdorbene Pirscher. Ernsthaft? Das ist nicht dein Ernst. Fuck, was nehm ich denn? Verdorbene Pirscher. Ernsthaft? Das ist ein Pirscher, oder? Ich denke, wir sind doch die Brandbomben. So, das hast du da vorne. Ballert auch einfach mal runter. Weiter wisch ich ja was. Ach du Scheiße. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Scheiße, wie Bomben hat der Dulli hier gelegt? Der ist on fire, der Dulli. Alter. Hier brennt alles. Alter. Die sind auch so fucking schnell. Überall sind die. Ach, die exploden. Ich jage die jetzt. Ne, der läuft nicht davon. Ne. Seh ich nicht ein. Aua. So hab ich das nicht gemeint. Komm doch her. Verderbnis von dem Dulli macht für mehr Schaden wie der Rest. Der ist doch fast tot. Wo ist der Dulli? Der ist schon tot, okay. Alter, die sind, die sind echt, ah, anspruchsvoll. Oh, die kosten viel Reinholz. Hashtag Pfeile. Der macht sich wieder unsichtbar, der Dulli. Jetzt kommt er her. Komm doch. So. Und eine Abrissspule ins Mull. Ich fühle nichts für Freifelsspule, Mann. Eventuell, Mann. Modifikationen. Keine Modifikationsgedöns, um ein bisschen aufleveln. Herstellen. Tragkapazität. Wer hat die brauche ich? Ja. Los. Lebt da noch jemand? Wir haben es noch nicht gereinigt. Es muss noch jemand leben. So, ein bisschen Heilung. Wo ist der Dulli? Da. Da zwei. Der läuft nicht davon. Nicht mit mir. Der kommt her. Nice. Der Dulli ist down. Das war's mit euch. Ich hab Verderbnis, Intus. Das ist ja noch so ein dummer. Hirscher. Aber du bist nicht verdorben. Du bist ja also easy. Alter. Mach nicht so viel Schaden, verdammt. Oh, ein pirscher Herz. Ich hab mir so fucking viel zu verkaufen. So. Jetzt sind wir aber fertig, ja? Ja, okay. Da unten kommt ja noch so ein kleiner Penner. Mann. Woher bist du denn? Jetzt komm her, hier. Mann gegen Mann. Ne, nicht Bahn gegen Bombe. Mann gegen Mann. Ah. Was hat's? Schleppst du das mal bitte? Alter, die Pirsche haben mir wirklich meinen kompletten Medizinbeutel gedönst hier runtergesogen, ne? Ich muss auch mal Heiltränke kaufen, seh ich grad. Ich muss echt mal auch mal Heiltränke kaufen, seh ich grad. Uiuiuiui. Okay. Ich hält noch das mal aus den nächsten Kämpfen raus. Ähm, ich brauch, ich brauch heilendes Zeug. Ne, ich brauch keine Medaille, ich brauch heilendes Zeug. Verdammte Scheiße. Was ist das hier? Ist das heilend? Ich komm gar nicht dran. Was ist das hier? Reinholz. Geil. Medaillegefäß, auch sehr lecker. Echolz, auch geil. Aber ich brauch doch, ja. Lecker. Das war echt heftiger Stoff gerade. Wie viel hat der das hier grad bei mir geheilt? Heilung. Blümchen. So. Tut an. Ja, da ist Zeug. Geil, Knochen. Oder Knochen, ne? Ne, tut an Haut. Auch geil. Kann man sich irgendwas draus machen für den Beutel. So. Heilung? Nein. Schocktränke. Ich brauch keine Schocktränke. Da fahr ich gleich gar nicht ab. So, hier. So, jetzt können wir uns vollheilen. Sehr schön. Mehr brauch ich auch gar nicht. Das haben wir nicht auf dem Weg. Das brauch ich jetzt nicht direkt. Ich will nochmal da hoch. Das sah so geil aus. Das sah so episch aus. Ich will da wieder hoch. Alter, das sieht so geil aus hier. Alter, was? Das könnte ein Wallpaper sein. Ach, du Scheiße. Wie geil. Ich muss den Spot auf der Karte merken. Kann man den irgendwie auch komplett markieren oder so? Keine Ahnung. Ich muss den Spot hier echt auf der Karte merken. Hier unten. Aber das kann man sich hier ganz gut merken. Hier vor der Brücke. Wie geil. Hier ist auch gleich der Lange. Aua. Fuck you. Rayon ist intelligent. Ja, ist er. Rayon hat ein Gehirn. Nein, hat er nicht. So. Lade ich mal voll hier. Aloy. Reinholz. Nehmen wir, glaube ich, doch mal mit. Wir haben so viele Pfeile schon gecraftet. Immer noch 350, siehste mal. Das ist keine... Das ist ein Schockpuffer, alles klar. Hier ist auch ein Wächter. Wir machen mal die Metallscherben. Metallscherben kann man nie genug haben, aber wir wollen schon 1800 haben. Was ziemlich viel ist. Ja, wir schwimmen. Obwohl hier irgendwo eine Brücke sein sollte, laut Karte. Weil ich vielleicht gar nicht weiß, wo die Brücke sein sollte. Was ist da drüben eigentlich? Das soll dann ein Lager sein, glaube ich, ne? Oder irgendwas anderes. Egal, wie wollen wir heute denn Lange. Ja, Lange steht heute auf der ARC, Lange. Verderbnis. Krass. Ich hätte aber schon ganz gerne Heilung. Ja, das hier, genau. Genau so weit hätte ich gern. Noch irgendwo Heilung? Ja. Das schweift gerade wieder komplett vom Weg ab. Kann das nicht? Ja, egal. Heilung. Blübchen. Das ist ja auch ein toter Wächter. Wer bringt die ganzen toten Wächter hier um? Wer bringt tote Wächter um? Ist auch geil. Ich kämpfe nicht gegen euch, wenn ihr wegläuft, ne? Hala. Ne, die schon wieder. Ach so, das sind die Wächter hier. Oder die Kirscher. Oder wie ist das? Die bewachen die Herden. Jetzt kommt der Narkampf. Jetzt kommt der Narkampf. Okay. Jetzt kommt der Narkampf. Okay. Wenn du den Narkampf willst, dann kriegst du den Narkampf. Okay, wenn du keinen Narkampf willst, dann kriegst du keinen Narkampf. Denkst du gerade sie unsieber machen? Funktioniert ja nicht. Ja, ey, der darfst du schlagen. Oh, das war nötig. Ja, war's. So. Bibchen. Jetzt sammle doch die Blümchen ein, ey, Leute. Was brauchst du? Sonst müsst ihr in dieser Welt nicht lange überleben. Ohne Blümchen. Leute, was würden wir alle ohne Blümchen tun? Hashtag Blümchen. Warum mache ich die ganzen Leute immer mit ihren Hashtags? Habe ich nicht verstanden. Hier wird's. Alter. Dieser Umschwung der Lichtverhältnisse. Alter. Wie episch. Hä? Wenn ich jetzt hier zurückgehe, schwingt das Licht wieder um, oder ist das... Okay, das ist landesübergreifend. Okay. Alter, wie schön hier es ist. Wurde aber gerade schnell Nacht, kann das sein? Das sieht nach einem langen Schlag aus. Okay. Gehen wir hier hoch. Das Signal muss ganz nah sein. Ich glaube, ich gehe ja schon hier hoch. Ich bin ziemlich viel sicher, dass du dich hier festhalten kannst, Aloy. Ja, ist mir klar. Alter, ich habe genug Abriss. Nice. Ich wollte schon sagen, ich habe genug Abriss. Warum funktioniert das gerade nicht? So. Ich muss nachcraften. Warte kurz. Okay, drehe mir den Rücken zu, dann hole ich mir dann die Kühlbehälter. Ist auch okay. 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 Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorbekommen. Das letzte Mal, wo ich hier war, war nicht so viel los hier. Okay, den habe ich gerade voll gefailt. Okay, wir haben ja den Nahkampf. Durch, dann kriegst du den Nahkampf. Alter! Da kannst du mal hinten am Stein raufeln. Wenn du den Nahkampf willst, dann kriegst du ihn einfach. So ist das. Oh, nee, jetzt der Langhals. Da ist er ja. Siehst du mal, wir auf Kommando. Das sollte funktionieren. Oh, das sollte funktionieren. Das hat tatsächlich funktioniert. Okay, Aloy. Drehen wir hin. Sollten wir hinkriegen. Okay. Okay. So. Verbrücken wir das Teil mal. Das ist mein Gebiet hier. Ich bin die Regentin. Okay. 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 Überbrückung. Activated. Schön. Schön, schön, schön. Ich will mal versuchen, was passiert, wenn wir hier oben bleiben. Hilft ihr uns irgendwann ab? Kann man hier auf die Viecher schießen? Versucht doch, mich zu erreichen. Ihr versucht es doch. Aber ich erreiche die auch nicht. Ich will gleich, dass wir mal kurz stehen bleiben. Ich will den mitnehmen. Ich treffe den so nicht. Mann. Da, der, 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 der Kleinser. Ja, okay, das wird so nix. Obwohl. Wenn er still halten würde. Aber ich treffe jetzt sogar seine Kühlbehälter. Komm schon, wir kriegen noch. Komm schon. Ich will den Cloud kriegen. Ich seh ihn nicht. Mann. Nach dem Vor. Ja, nice. Ist tot. Sehr schön. The last kill. Okay, Leute. Ich will sagen, das war's mit der übrigen Folge von Horizon Zero Dawn. Kannst du mal bitte leise sein, Herr Langhals? Schon leise. Ich muss das Spiel zaubern, aber ein bisschen leiser, wenn sie ich gerade. Was machen wir hier auf 61? So, sollte passen. So, ihr wisstet ja, konstruktive Kritik und so weiter. Alles in die Kommentare, eure ganzen Gedanken zu diesem Spiel. Und ja, lasst die Bewertung da. Und Rayon sagt tschau. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute.